Und damit auch an die Leute auf YouTube, herzlich willkommen zurück zu Tales of Sparrow. Mal mal kurz gucken. Achso, wir wollten eh hinterher, stimmt. Wir mussten ja... ...einmal Party hinterherlaufen. Dieses beruhigende Geräusch von mir. Ist Party nicht hier? Die ist doch hier lang gelaufen, oder nicht? Verschlossen. Hm. Ah. Hm. Hm. Oh. Oh. Ah, Arte! Wir gehen. Patty, bitte! Wie viele... Das ist hier. Was haben Sie mit einem anderen? Die Heiligen Geist sind. Das ist eine große Arbeit für die Arbeit. Aber ich dachte, dass ich in der Arbeit für die Arbeit hatte. Das ist ein Problem von Eifried? Das ist ein Problem für uns. Ich kann mich nicht verletzen. Das ist so, wenn ich nicht alleine bin. Ich kann es nicht gehen. Das ist ein Arsselm-Gow, oder? Wie ist es hier? Patty, hast du dich getrennt? Ich glaube, Patty, du hast du Maris-Sterla? Das heißt, Maris-Sterla ist ein Zeug für sie. Sie haben sich mit ihr zusammengebracht. Ich bin ein Päscher. Ich weiß nicht, was ich alleine zu gehen? Danke. Aber nur das Ende der Schlussfolgerung, wir werden uns verabschieden. Ja, ich weiß nicht. Daher gibt es ein Boot. Wir gehen. Hm? Hey, vielleicht ist es, in diesem船, die I-Frieden? Ja, ich weiß nicht. Gut. Okay, äh, das Boot kennen wir ja an sich schon, ne? Äh? Ah, dankeschön, danke für die Piz. Da kommt's auch reingeflogen. Dankeschön. Dankeschön. Aber das ist ja... Die Idee von Eifried... Das ist... Na... was das? Das ist da vorne! Das ist der Neuge. Das ist der Gehirn. Ich habe es hier mit euch geschossen. Das war's, ja? Pate! Achso, das war Eiflido! Das war... Aber... Du musst das mal höher machen. Ich will das später mal machen. Ja. Ich glaube, da war ein Quartier des Käpt'n zwar in der Leiter. Ich glaube, da bin ich beim letzten Mal, als bin ich jemand auch schon hochgelaufen. Da ist es. Cypher! Ich weiß nicht, ob ich das nicht weiß? Cypher? Cypher ist nicht Eifried? Cypher ist der Name der Eifried, nicht wahr? Das ist ein Schuss, sicherlich. Patti! Oh. Danke für den Host. Oh, ja. Cypher! Ich werde jetzt einen Schritt machen. Alles klar, dann lass ihn dir schmecken. Äh, wir nehmen den raus von Patti. Guter. Na dann. Geh, was? Wie ich heute einen Zeitraum habe. So... Oh, ich bin alle dick. Cypher ist denn die Waffe? Was ich noch nicht? Aber nicht alles. Wenn du mit Hoshihami schlägst, drücken Sie Honkert, dann leidwirst du mit all die Möglichkeit! Jetzt... Die Kraft ist das Omar sind mir deltig, Ich hätte das Ding hier... Oh nein, das ist ja nix. Oh nein, das 같아요. Ich habe keine Leite. Enquisiıyorum! Der Spe�ifung! 사s WHYmor Finally ist ja ziehen wir! Z es zußen! Alles ist sicher! Ich bin jetzt nicht mehr auf. Ich krieg dich mal wieder ein. Oh, toll, na gut. Dann im nächsten Schil mal dein Leben, hab ich gesagt. Ich liebe es, wenn die immer nur die gleiche Kirchherden einsetzen. Aber ich bin schon wieder. Das ist doch dumm. Äh. Oh, ich hab dich nicht gehört. Oh, ich hab dich nicht gehört, du sollst. Was ist denn, oh, ich hab dich nicht gehört? Oh, du sollst die Kirchhler, das ist, was du sagst. So, jetzt ist die Kirchnerin. Ich muss mich nicht hören, oder? Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht mehr aufgeführt. Ich hab dich nicht mehr aufgeführt. Oh, ich bin froh. Es ist noch ein Leben! Cypher, ich konnte nicht lange warten. Ich hatte Zeit für mich, aber... Ich bin schon wieder gekommen. Ich glaube, dass ich die Erinnerung zurückgekehrt habe. Eifried. Das ist... Eifried, oder? Sashina. Eifried? 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 Was ist das? Seifer, das versteht mich? Ja, aber ich habe mich wieder verloren. Ich habe mich wieder auf die Hände und mich zu dir auf die Hände. Ich bin nicht mehr davon gekommen. Ich bin nicht mehr davon gekommen. Ich habe mich wieder zu erinnern. Ich habe mich in diesem Fall mit vielen Menschen in den Fall und verabschiedet. Also, ist das ein Problem für Black Hope Go? Wenn man so nicht, dann hat er sich immer wieder aufhören. Wie du jetzt, als du. Die Menschen, die Cypher verletzten, haben wir geholfen. Aber ich habe, dass ich sie in der Hand genommen habe, so wie du. Du bist... Er hat meinen Uch, was er. Er hat mich geholfen, und so... Das ist jetzt mal Uch... Das ist das, was du zu retten, Cypher. Eifried, was ich von diesem Hleisch zu erlaubt... Du hast viel Arbeit. Diese Herzen, die Seilin-Lein-Lein-Ki-Va-Fa-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faar-Faars. Und er hat mich sehr unterstützt. Aber das ist das Ende. Potty? Nur Cipher ist es... Ich bin... Das war's für mich. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, und ich habe keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl gehabt, aber es war ein guter Freund. Eifried. Ich habe das. Das ist... ...Marius Genma. Dann werden wir sicherlich gehen. Gut. Dann gehen wir. Tschüss. Oh, Piratenpistole, schwarzer Donner. Oh-hoh. Patty kriegt eine neue Off-Hand. Cypher? Wenn du dich nicht beurteilen kannst, 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 wenn du dich nicht beurteilen kannst. Das ist unser Motto. Patty... ... ... ... Ich bin der Kieler der Böse, der I-Frieden. Deswegen... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Emotionales Mädchen. Emotionales Mädchen. Emotionales Mädchen. Emotionales Mädchen. Emotionales Mädchen. Judy, what happened? Just... That's not Aspio. What's going on? No! What's going on? 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 Was ist das? Tal... Kalon... Eh? Das ist Tal-Kalon, oder? Das sind die Heiligen. Tal-Kalon? Das ist Duke. Das kann man nicht so denken. Das kann man so machen. Halt! 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 Was ist das, für Sie? Was ist das? Was? Wenn Sie uns das, wenn Sie wissen, dann erzählen Sie sich. Sie haben gesagt, dass Sie einen neuen Kishindanfusen sprechen und denen Sie sich mal fragen. Was ist das? Es ist nicht so, was man sich verletzt. Ja... Na... Was ist der Kindes, wie ein Kindes-Kindes-Kindes-Kindes-Kindes, wie ein Kindes-Kindes-Kindes-Kindes? Hm? Ja, aber... Hm... So... Mal kurz... Ah, geht nicht weiter, klar. Äh... Äh... Da. So, dann hatten wir... Oh, hab ich ja gar nicht gegeben, aber da... Weniger magischen Eingriff, weniger Beweglichkeit... Egal. Äh, hab ich nicht noch... Achso, der Piratenhut ist ein Dings-Item, ne? Äh... 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 Okay... Nicht blöd... Ring, Ring, Ring... Amoled... Komisch... Egal... Vielleicht ist der Piratenhut ja auch für wen anders... Nö... Egal... Äh... ... Amen.